Liebst du Schokolade? Dann lass uns das auf die Probe stellen. Bleib dran für die Challenge. Echtes vs. Schoko-Essen. Ich hab diese Wiederholungen satt. Nee, klick weiter, David. Diese Folge hab ich schon gesehen. Hä? Nicht umschalten. Mach das lauter. Habt ihr eine Schwäche fürs Naschen? Dann könntet ihr eines der goldenen Tickets gewinnen. Wow. Seid ihr bereit? Also gut. Dann stoppt, was auch immer ihr tut, und kommt her. Was ist das für ein Ort? Wow. Schau dir all dieses lustige Zeug an. Runde 1. Schau dir das an. 1, 2, 3. Los. Hey, wir benutzen die jeden Tag. Aber normalerweise liegt sie auf dem Schreibtisch. Hm, sehr interessant. Dieses hier sieht ein bisschen anders aus, oder? Ich hab noch nie eine Schokoladentastatur gegessen. Glaubst du, sie schmeckt gut? Sie riecht ziemlich lecker. Also, okay, denke ich. Ich muss mein Shirt schützen. Mh, lecker. Ich kann nicht länger warten. Das ist Milchschokolade. Hier ist eine. War die überhaupt essbar, David? Ein paar Tasten haben sich in meiner Kehle verfangen. Oh nein, bist du okay? Soll ich eins als Null anrufen? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Als ob ich ein Keyboard essen würde. Ich bin es nur neidisch, weil ich meins essen kann. Runde 2. Warte, vielleicht sollten wir tauschen? Wenn du glaubst, dass das notwendig ist. Mal sehen. Okay, lass uns tauschen. Alles klar. Hat jemand Werkzeuge bestellt? Das will ich nicht. Wow. Noch ein Teller voll mit Schokolade. Ich muss dich ja nicht tauschen sollen. Trottel. Jetzt ist es zu spät. Sorry. Das sieht ziemlich lecker aus. Wie nennt man das nochmal? Ich hab noch nicht mal was zum Reparieren. Außer... Ich weiß. Ich muss nur etwas kreativ werden. Dieses Ende scheint ein guter Anfang zu sein. Fast fertig. Nicht schlecht. Was hast du gemacht, David? Ich muss dir davon erzählen. Es war diese unglaubliche Idee, die ich hatte. Ist das nicht unglaublich? Warte. Ich bin noch nicht fertig, dir davon zu erzählen. Ich muss dir davon erzählen. Oh oh. Dieser Roboter ist hungrig. Du bist wirklich schlau, weißt du? Hey. Dieser kleine Kerl glaubt meine Schokolade. Du meinst meine Schokolade. Ich bin ein echtes Genie. Runde 3. Was kommt jetzt? Vielleicht noch mehr süße Leckereien? Cha-ching. Es geht nicht so bei einem grünen Schein. Wofür würden wir es ausgeben? Ich wollte schon immer auf eine endlose Shopping-Tour gehen. Oh. Die Brille? Die sind Designer. Ich kann mir 10 davon kaufen. Ich kann mir quasi kaufen, was ich will. Und seh dabei gut aus. Massives Gold, siehst du? Ich weiß, dass ich damit anfangen würde. Seh ich nicht cool aus? Ich seh sogar noch cooler aus. Mit meinem geilen Gefährt. Ja, genau. Da steht es. Oh yeah. Warte. Ich muss mich hier konzentrieren. Wem mach ich etwas vor? Dieses Ding wird mir nix kaufen. Aber wenigstens wird es gut schmecken. Bist du noch versunken in deinen Tagträumen, Ellie? Ich kann nicht glauben, dass das echtes Geld ist. Ich würde es immer der Schokolade vorziehen. Oh. Tauschen? Ich kann tausend davon kaufen, wenn ich will. Warte. Wer hat das Fenster geöffnet? Ich kann nicht alles festhalten. Hä? Wartet. Kommt zurück. Oh, komm schon. Hier. War das gut oder was? Nun ja. Es ist alles weg. Ich hab nur noch einen Schein übrig. Versuch, mich alles auf einmal auszugeben. Runde 4. Das wird gut. Ich kann es fühlen. Und voilà. Blumen? Die sehen aus wie die, die meine Mutter mag. Meine sind aus Schokolade gemacht. Ich bevorzuge die jeweils die echten. Und Schokolade riecht auch viel besser. Meine riechen okay, denke ich. Seht euch den Monsterbiss an. Hey. Ich weiß. Das ist auch nicht nötig. Das ist auch nicht nötig. Vielleicht möchtest du für eine Sekunde tauschen? Verlocken? Aber nein. Was mache ich hier? Das ist besser. Was soll ich schon machen? Runde 5. 5. Lass uns spielen, um zu sehen, wer beginnt. Unentschieden? Schere, Schleckpapier. Bitte, lass mich das gut bekommen. Das ist nicht das, was ich erwartet hatte. Oh. Das ist so eklig. Und es riecht, als liege es schon seit Stunden draußen. Er ist wie warmer, fischiger Müll. Auf keinen Fall esse ich dieses Ding. Nee, auf keinen Fall. Was macht das denn in meinem Gesicht? Wir brauchen Duftspray. Sofort. Ellie? Ich fühle mich auch ziemlich komisch. Aber etwas Schokolade wird helfen. Das ist die Art von Fisch, die ich mag. Au. Was ist dein Problem? Netter Versuch, Kumpel. Da steht mein Name drauf. Oh, sehr gut. Oh ja? Was soll ich naschen? Diesen toten Fisch? Armer David. Vielleicht kann ich ein kleines Stück abgeben. Na ja, es ist nur ein kleines Stück. David? Willst du? Du bist die Beste. Das verband den Fischgeruch aus meiner Nase. Kommen wir zu Runde 6. Mal sehen. Du kannst den haben. Und sie sind auch so verdammt süß. Was hätte ich vergessen? Wo ist meins? Es ist weggerannt oder so? Ich glaube, ich habe dein S-S-S-S-Saurier gefunden. Wovon sprichst du? Genau, da. Glaubst du, er ist hungrig? Wir werden sterben. Ich weiß, ich weiß. Das war nicht fair. Äh, Leute. Ihr seid in Sicherheit. Wie sind wir so zurückgekommen? Ha, keiner hat gewonnen. Wir haben das alles umsonst gemacht. Du kommst besser aus dem Fernseher raus. Blöde Game Show. Mir fällt gerade ein. Ich habe ein paar Souvidiers mitgebracht. Bist du beeindruckt? Sehr. Das ist super. Ich liebe Schokolade. Würdest du Schokolade jedem anderen Essen vorziehen? Was würdest du niemals wählen? Wir finden, dass das mit dem Geld ziemlich gut war. Teil dieses Video mit deinen Freunden, um sie zum Lachen zu bringen. Klicke die hier an, falls du sie noch nicht gesehen hast. Und abonniere unbedingt unseren YouTube-Kanal.